Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Händler, Prof. Sie haben gemerkt, dass Sie mit einer Münze vor den Nagel fallen können, weil alle sehr aufmerksam gelauscht haben zu Ihrem Ausflug. Und ich habe jetzt das Glück und das Vergnügen, dass ich die ersten Fragen und den ersten Dank mit Ihnen austauschen darf und Ihnen sozusagen damit ein kleines bisschen die Zeit verschaffe, sich selber schon mal Gedanken zu machen, wer hier den Eisbrecher, die Eisbrecherin spielt, anschließend bei der Frage, wie Sie stellen können. Sie haben ganz vieles angespielt. Ich würde Sie lohnen, über viele einzelne Gedanken nochmal vertieft nachzudenken. Der Satz, den ich mir nicht nur aufgeschrieben habe, der Gedanke, sondern auch ausdrücklich eingegründet habe, ist der Satz, Demokratie braucht Zeit. Ein, wie ich finde, sehr wichtiger Satz. Sie haben das erläutert, unter anderem der drei Lesungen, auch im Spannungsverhältnis zwischen denen, die Beratungsimpulse geben, aber auch irgendwie entscheiden. Wenn Sie diesen Satz, Demokratie braucht Zeit oder diesen Danken, jetzt mal in das Verhältnis stellen, zu Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook und wie alle diese sozialen Plattformen heißen, die am Ende so ziemlich alles haben, nur keine Zeit. Wie ordnen Sie diesen wirklich wichtigen Gedanken, die Funktionsfähigkeit von Demokratien angesichts dieser technologischen Entwicklung ein? Ja, das ist einer der sicherlich schwierigen Punkte. Wenn man nochmal überlegt, wie das so war mit den Athenern auf den Blugs, das ging gewissermaßen in Echtzeiten über die Blüten. Die hatten auch noch keinen Hochdruck. Und vielleicht haben Sie Bücher geschrieben, aber das war sozusagen etwas, was eine Beschäftigung für kleine Eliten gewesen ist. Große Leistung, oder anders, die Demokratie, wie sie von den USA ausgeht, entsteht in der Neuzeit, spätestens 18. Jahrhundert, ist ein verknüpftes Produkt, dessen, was war schon nur die Gutenberg-Galaxis genannt hat. Die Zeitung, die Zeitschrift, auch das Flugblatt, vor allen Dingen das Buch, als Wissensspeicher und Reflexionsräume, bei denen, das weiß ich, man ja in der Regel kuratierte, also von professionellen Journalisten und Publizisten bearbeitete Texte, die ihrerseits auch die Zeit hatten, darüber nachzudenken. Und wenn so gute Journalisten waren, haben sie gründlich darüber nachgedacht. Das auf der einen Seite, und wenn man einen Leserbrief gewissermaßen als Intervention aus dem Auditorium, dem Publikum, geschrieben hat, dann hat man sicherlich keinen solchen Text geschrieben, wie man sie gelegentlich im Netz bekommt. Nehmt an, Sie haben in ihrer politisch sichtbaren Zeit ähnliche Zwischenrufe bekommen, die man besser gerne gelesen hätte. Das ist ein Ausdruck gewissermaßen der unangemessenen Emotionalisierung von Politik, wo einer sagt, was einen unmittelbaren Impuls heraus einem irgendwas an den Kopf wirft, ab und zu sich erweckert habe, Entschuldigung, was ich Ihnen gestern geschrieben habe, es tut mir leid, ich war irgendwie erregt, oder ich habe den Boris zu sehr anvertraut. Kann man sagen, möglicherweise wird die Demokratie an den neuen Kommunikationsformen, neue sozialen Medien und derlei mehr scheitern. Hoffnungen, die teilweise im Fach, aber auch von den Ökonomen zirkuliert worden sind. Die hießen dann so E-Democracy, also gewissermaßen alles findet am PC und online statt und was der Mehrwert dessen sein soll, ist mir immer unklagend. Ja, jede Woche die Demoskoten im Kanzleramt sind und dem Kanzleramtsminister und gegebenenfalls dem Kanzler und anderen detailliert vortragen, was sie gemessen haben, also was sicherlich zuverlässiger, methodisch zuverlässiger ist, als was die Demokratie hier vorkommt. Aber dann mal sozusagen der Überschaum, jetzt können wir die Demokratie nochmal demokratisieren und derlei mehr. Das alles hat sich als Zeichenklase erlesen. Und letzten Endes bleibt es dabei, wir müssen uns entschleunigen, gründlich nachdenken. So mancher Entschluss, den man in der ersten Erregung oder im Zorn oder was auch immer trifft, ist zweifellos nicht, dass man in der Pflege, und das wird jetzt schwierig, sozusagen das Verfahren der Demokratie, das auf dieser Entschleunigung beruht, auf der einen Seite mit einem Kommunikationssystem zusammentreift, das diese Entschleunigung so nicht mehr kennt, sondern eigentlich auch Beschleunigung auf der E-Democracy, der dann mehr ausgewählt ist, würde heißen, das was die Pointe meines Urteils war, schaut auf die politische Urteilskraft, es gewinnt noch einmal zusätzlich ein Gewicht unter diesem veränderten Rahmen. Wenn ich bei dem Punkt treiben darf, in den Sozialen Medien findet ja noch etwas anderes statt, das für Demokratie möglicherweise doppelt und dreifach herausfordernd ist. Das ist an vielen Stellen die Anonymität des Diskurses. Und mich würde schon interessieren, wie Sie auch bei dem, was ja häufig auch in, sage ich mal, sowohl wissenschaftlichen Beiträgen, aber auch in politisch-kommunikativen, in journalistischen immer mal wieder eine Rolle spielen, dass die Sozialen Medien dennoch auch einen Beitrag dazu leisten, neue Diskursräume zu öffnen, Gesprächsräume zu öffnen, die man möglicherweise im analogen Bereich gar nicht mehr hat. Wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis zwischen, auf der einen Seite gibt es mehr Raum, auf der anderen Seite führt Anonymität ja auch zu einer Verhinderung der Debattenkultur. Und das zweite, was mich sehr interessieren würde, offensagt auch, weil ich mich am Wochenende das erste Mal persönlich damit beschäftigt habe. Wie nehmen Sie diese Instrumente wie Chiquitin, dieser Ausdruck künstlicher Intelligenz in diesem Kontext wahr, nochmal in der Perspektive Demokratie braucht Zeit. Da fangen wir mal an mit der Anonymität. Das war eigentlich immer wieder etwas, das die Leute, die über Demokratie oder über partizipative Ordnung nachgedacht haben, beträgt haben. Auch im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, als zu einem das Zeichen der Massen ausgerufen wurden, die entsprechenden Texte von Sigmund Freud, des Obdega E.Z, geschrieben wurden. Der Begriff der Masse ist ja gewissermaßen eine Chiffre für die Anonymität des Einzelnen innerhalb der großen Gruppe. Und ich kann auch sagen, die Weißparteitage der NSDAP waren im Prinzip auch ein Modus der Anonymisierung von Einzelnen, die da in diesem großen Platz auf dem Weißparteitatsgelände verschwunden sind. Also insofern ist eigentlich der Modus der Anonymisierung, sei das nun, dass man hinter irgendwelchen eigentümlichen Namen sich verbirgt oder über mehrere Stationen oder seine Position oder ob Putins Trolls da eingegreifen. Eine technisch neue Variante dessen, was zu früheren Zeitpunkten im Hinblick auf Massengesellschaft konstatiert worden ist und was auch praktiziert worden ist. Also sozusagen die Entlastung der individuellen Verantwortung durch die Organisation von Massenschauspielen. Kann man ja ganz gut, ich habe einen Buch gestehen über das Ende der Nazi-Zeiten bei der Friedberger Heimatstadt. Ich würde sagen, das ist schon faszinierend zu beobachten, wie da plötzlich keiner mehr dabei gewesen sein würde. Eigentlich war die Stadt immer irgendwie anders. Das hat aber sozusagen etwas mit der Organisation von Anonymität durch Vermassung und dem Einsatz der Friedberger SA bei der sogenannten Reichskristallnacht in Hanau, der Hanauer SA in Friedberg, sodass wir uns auf diese Weise auch Formen der Unverantwortlichkeiten der Anonymität organisiert haben. Heißt, ich meine, komplett zu werden, der Punkt, den sie anstrengen, ist ein insofern ein ernstzunehmender Punkt, als das eine Gefährdung tatsächlich, das sich verantwortlich äußert. Wer weiß schon, wer ich bin, wenn ich mich so erpositive. Ich selber bin damit umgegangen, weil irgendwann habe ich keine Rolle, aber von einem ja, political, intellectual innegehabt, kriegt man entsprechende Shitstorms. Und wenn man einen Universitätsaccount hat und eine Sekretärin, ist man in einer komfortablen Situation, in der man dann sagt, braucht man. Aber wenn einer, wenn eine Mädchen anfängt mit, du dummes Stück Scheiße, dann will ich dich bitte nicht stehst. Klar, weil sonst ist man blockiert, die ganze Zeit damit beschäftigt, darüber nachzudenken. Also möglicherweise auch, bis ich den Kerl mal aufs Maul bauen will oder sowas. das hat natürlich nicht jeder. Aber darüber muss man nachdenken, in welcher Form man filtert der Indifferenz. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, den der Soziologen Simmel für das Leben in der Großstadt erfunden hat, wo man an den Leuten vorbeigeht, ohne sie eigentlich zur Kenntnis zu nehmen. Und so lebe ich natürlich in Berlin. Aber hingegen, wenn ich im Gebirge wandere, und es kommt eine Weile entgegen, ich kenne den genauso wenig, wie wenn ich den auf der Friedrichstraße oder wo auch immer kennengelernt habe, dann sage ich trotzdem Hallo oder irgendwas. Wenn ich gut drauf bin, sage ich sogar Grüß Gott. Es zeigt sozusagen, man muss individuelle, aber auch kolleginierbare Formen ausbilden, damit umzugehen. Ich habe das halt jetzt gewissermaßen aus der privilegierten Position eines Hochschullehrers, der das so ähnlich machen kann, herausgeschrieben. Das ist etwas, was gewissermaßen eine Form des Unverwundbarmachens gegen Angriffe aus der Anonymität und gegen Shitstorms, mit Darmstädten. So, das ist der eine Punkt. Künstliche Intelligenz. K.I. Ja. K.I. Ja gut. Also, offenbar ist Chachi noch gar nicht so weit, dass es das weiß, was im Medien halt ihm zugestiegen wird. Selber bin ja nicht mehr im aktiven Dienst, habe also nicht das Problem, dass ich Hausarbeit umurteilen muss, die vermutlich die Maschine geschrieben hat. Eine Frau als Literaturwissenschaftler, der Künstler ist, der am aktiven Dienst ist, die muss sich darüber Gedanken machen. Bei mir hat das System gecheckt gewissermaßen, indem sie eben Aufgaben gestellt hat. Dabei stellte sich heraus, dass der Algorithmus dieser Maschine nicht so ist, dass sie sagen kann, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung davon, sondern dass sie etwas erfindet. Und dass sie selbst wenn sie Rechenaufgaben, die man eigentlich mit dem Taschenkomputer leicht lösen könnte, rechnen muss, dass sie die keineswegs zuverlässig rechnet, sondern auch etwas erfindet. Es wird also vielleicht noch fünf oder zehn Jahre, je nachdem wie schnell die Maschinen gefüttert werden, die Algorithmus verbessert werden, dauern, bis man sich darauf verlassen, dass die richtige Antworten gibt. Das ist jetzt sozusagen aus der Sicht von den Leuten, die davon ausgehen müssen, dass das, was sie als eigene Leistung von XY, also in diesem Fall nicht angehören, vorgelegt bekommen, gar nicht von dem Stand, sondern von dieser Maschine. Und man kann das aber auch auf andere Felder übertragen. Ich will jetzt nicht in so einen Akt des Kulturpessimismus verfallen sein, dass ganz furchtbar, was da passiert war, und wie schön war das noch, als das alles nicht erhaben, sondern es stellt an uns höhere Herausforderungen, mit diesen Möglichkeiten intelligent umzugehen. Und auch kritisch zu sein. Also wie gesagt, JTNP hat da zu einigen Fragen, die ihm gestellt worden sind, wahren Unsinn erzählt. Das muss man aber herausbekommen. Und das sozusagen stellt an den Nutzer eine Herausforderung, die vielleicht auch sinnvoll ist für politische Urteilskraft. Dass ich Texte, die mir da entgegentreten, im Hinblick auf Widersprüche, logische Widersprüche, aber auch performative Widersprüche betrachte. Und wenn ich ein Aliefertyp bin, oder ein Typin, und nur weil sich das gut ausnimmt, sprachlich schön formuliert ist, das ist ein Glaube, dann bin ich natürlich erlebt. Und insoweit könnte man vielleicht sagen, KI ist auch eine zusätzliche Zumutung, von allen aus allen, kritische Ideen zu entwickeln. Sehr viel mehr, als es vielleicht früher in der Verlegung sind. Das ist jetzt keine Patentlösung. Für das Problem aber vermutlich gibt es da keine Patentlösung. Herzlichen Dank, ich mache mal die Ankündigung. Ich habe noch eine Frage, dann komme ich auf Sie zu. Und hoffe, dass Sie mit ganz vielen dazu kommen. Neben der Kategorie Zeit haben Sie sich mehrfach mit der Frage der politischen Urteilskraft beschäftigt. Und haben am Ende zwei Gedanken entwickelt, wie Sie die Zukunft der Bürokratie gestärkt sind. Da würde ich möglicherweise mit den beiden Punkten anfangen, ein bisschen zu streiten. Aber daraus will ich noch gar nicht helfen. Weil es gibt etwas, das für mich da vorliegt und mich schon lange beschäftigt. Da hätte ich gerne Einschätzung von Ihnen dazu. Demokratie ist die Staats- und Regierungsform, die man nicht in die Liege hinweg bekommt. Sondern die muss man lernen. Man muss argumentieren lernen, zuhören lernen, austauschen. Also alles, was der politische Urteilskraft am Ende zusammenfällt. Wenn ich mir die politische Bildung im Bereich der Kinder- und Jugendförderung anschaue, ist das ein Trauerspiel meiner Meinung nach. Welche Rolle spielt aus der Sicht dieser ganze Bereich der politischen Bildung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene als Vorbereitung auf Demokratie? Welche Rolle spielt das? Ja, wahrscheinlich spielt das eine ganz entscheidende Rolle. Und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt. Das Wort Bildung ist dabei schwierig. Weil es sozusagen darauf abhebt, es findet eine Wissensverwaltung statt. Und wenn ich an die 60er Jahre meiner Schulzeit denke, dann lief politische Bildung auf Wissensverwaltung im Hinblick auf Institutionen und Institutionenvergleichung, die dann näher hinaus. Das ist für alles ganz wichtig und will ich jetzt auch gar nicht drüber erheben. Aber das Entscheidende ist die Kombination mit der Praxis und dem Praktizieren. Wenn ich vorhin nur mal so gesagt habe, dass das zurückgehende Engagement in Parteien ein Problem ist, dann würden ja normalerweise gleich die Bewegungsforscher ins Wort fallen und sagen, wir wissen sie eigentlich nicht, dass die Engagementbilanz in Deutschland gleich gebunden ist. Nur das Engagement hat sich aus der Partei gewolltliche Bewegung. Also die Frage der Kinderrechte, der Menschenrechte, der Gefangenen, aber der Natur und was auch immer. Dann kann man ja sagen, es ist wunderbar und in mancher Hinsicht ist das auch vielleicht moralisch höher stehend, sich nicht mit kommunalpolitischen Fragen zu beschäftigen, sondern für alle Menschen auf der Welt wie auch immer einzutreten. Und das hat einen gravierenden Nachteil. Es sind nämlich gewissermaßen Organisationen, die keine Kompromisse erzwingen. Man ist dafür und ich sage es umso besser, je voll umfänglicher man dem Ziel näher kommt. Wohingegen Politik ja gewissermaßen das Ausmitteln von Kompromissen ist, das Herstellen von Mehrheiten, was nicht immer leicht ist, gegebenenfalls auch dafür sagen, dass Mehrheiten, die sich bei der Probeabstimmung zeigen, nicht nur bei der Probeabstimmung da sind, sondern auch in der ernsten wirklichen Abstimmung und und und. Und der Gestus, der über diese Entwicklung eingetreten ist, ist das Kompromisse eigentlich mit dem Ägyptenzeugen schlecht versehen oder faul versehen. Also gewissermaßen das, dass ein wesentliches Element vom Betragsstaaten zum Entscheiden ist, die Kompromissbildung, wird eigentlich unter moralischen Vorbehalt gesteckt. Weil das so ist, und das kann man ja ganz gut beobachten, ja, also was weiß ich, Last Generation guckt sich die Grünen in einer schwierigen Situation bei Kompromissbildung in der Ampelkoalition an, und seit der letzten Wissen verrät, ja, oder sind gestochen oder jedenfalls kriegen die gar nichts hin. Das ist der typische Gestus bei denen, die gewissermaßen radikal eins zu eins die Umsetzung der Ziele anstreben. Die damit letzten Endes für sich einen demokratischen Aushandlungsprozess überhobene Position des besseren Wissens für sich erklangt haben. Damit ich jetzt nicht sagen will, es kann gar nicht sein, dass sie besseres Wissen haben. Haben die vielleicht sogar. Denn Demokratie ist ein Prozess, in dem besseres Wissen, I.O.I.P.so, sich nicht durchsetzt, ja. Sonst würden wir vielleicht in einer Ex-Karropokratie leben und sagen, diese Frage entscheiden die Monologen, und diese Frage entscheiden ganz andere, Psychologen und so weiter und so weiter. Ja. Sich halt darauf einzulassen, diese schwierigen, nie am reinen Ideal anhaftenden Entscheidungen mit Öffentlichen zu ertragen, sondern sie veraktiv herzustellen. Das ist ein Einführungsprozess, der sinnvollerweise schon zu ertragen gibt. Und da würde ich sagen, um mal aufzugreifen, was Sie gesagt haben, Sie sind da sehr skeptisch. Genau das wird nicht gelernt. Sondern es wird gewissermaßen, wir haben in der jüngsten Zeit einen Prozess der reinen Gesinnung. Und wenn ich einen der Heiligen meines Fachs, nämlich Max Weber, ins Auge fasse, würde ich sagen, diese Formen von politischer Gesinnungsethik sind etwas Grundverderbliches. Und was gefordert ist, ist halt Verantwortungstätik. Und die funktioniert anders als Gesinnungsgeduld. Und das müsste natürlich politische Bildung im Sinne des Praktizierens auch sehr viel stärker das Auge fassen. Städte, Institution, Kunde oder Gesinnungsbewirtschaftung zu sein, in der Klasse oder in der Gruppe auch mal einzuüben, wie man dann zu einer Mehrheit kommt, wenn man vorher bestimmte Rollen verteilt und besetzt hat. Und ja, das sind dann so Mechanismen, bei denen, die dann auch in den Bauch bekommen. Der Vater der Lateinlehrer in Nordauern war, hat gesagt, den Unterschied zwischen Gerundium und Gerundegum hat man den Odin. Ja gut, vielleicht hat man das auch. Aber dass Sie das gewissermaßen quasi in den Körperfunktionen drin tragen, wie bestimmte Strukturen in der Politik funktionieren. Dankeschön, Herr Möckle. Ich lasse Sie jetzt mal alleine für oben. Gehe runter und sammle mal ein paar Fragen ein. Es gibt so einen eisernen Grundsatz der Moderationstechnik. Ich gebe niemals das Mikrofon aus der Hand. Und deswegen würde ich mit runtergehen gegen die Chancen. Oder Sie gehen da, genau, in den Verteilnissen so ein bisschen. Und Sie haben jetzt die Chance, ein paar Fragen loszuwerden. Und wir würden es immer so machen, zwei, drei Fragen zusammen. Dann gibt es eine kurze Antwortrunde. Und wir haben nur noch eine halbe Stunde für Ihre Fragen und Anmerkungen. Und damit würde ich die Diskussion eröffnen. Und hier vorne ist die erste Wortmeldung. Aber ich mache sozusagen vorne noch einen wichtigen Hinweis. Keine, bitte, bitte, keine Gegenreferate. Ja, danke. Ich könnte jetzt Luft holen und eine halbe Stunde reden. Genau das will ich nicht tun. Ich hätte eine Frage zu dem Satz, Demokratie braucht Zeit. Mir stellt sich die Frage, ob Demokratie nicht manchmal viel zu viel Zeit braucht. Wenn wir ein Windrad installieren wollen oder eine neue Autobahn, dann sind das Prozesse, die nicht innerhalb kurzer Zeit, eins, zwei, drei Jahre erledigt sind, sondern das sind Prozesse, die in Deutschland, und ich kann das von vor Ort berichten, nicht nur 10, 15, sondern sogar 40 Jahre dauern können, wenn es um eine Autobahn geht und länger. Und bei Windkraft ist es so ähnlich, bei der Bahn ist es so ähnlich. Wie sollen wir damit umgehen, wenn autokratische Systeme von heute auf morgen solche Entscheidungen treffen können und wir auf einmal, links um uns herum, auch zum Beispiel Atomkraftwerke Omas finden. Herzlichen Dank. Ja, also meine Bitte wäre einfach, dass vielleicht hier vorne einfach das so ein bisschen sortiert. Das Bild aus der Hand ist gefährlich. Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Mein Name ist Edgar Wöll, ich bin Zukunftsforscher und Transformationsforscher. Ich könnte mit Ihnen jetzt wahrscheinlich stundenlang über die letzte Generation reden und andere Modelle der Demokratie. Ich will aber eine andere Dimension öffnen, weg von Institutionen, Strukturen und Prozessen und so weiter, sondern gewissermaßen die Sinnfrage stellen, weil ein Verdacht könnte ja sein, bei unserer modernen Gesellschaft, ich sehe das auch in den USA und in vielen anderen Ländern, dass gewissermaßen das Privatleben, der Konsum und alle diese Dinge eine solche Rolle eingenommen haben, das ist auch offensichtlich, Sie haben es ja selber erwähnt, die Bereitschaft auch an andere zu denken oder an das Ganze zu denken und sich entsprechend zu engagieren, doch sehr stark reduziert ist und hat bestimmte Formen annimmt, die dann doch irgendwie sehr egozentrisch akzeptiert sind. Ich komme deshalb auch darauf, weil Üben Khaldun, der vor 600 Jahren als arabischer Soziologe gewissermaßen gedacht hat und da allerdings ein bisschen sehr abgeschreift oder abgeschreift ist, in so einer Art Generationen-Enealorie und dann gemerkt hat, nach sechs, sieben Generationen von Herrschern, gegen gewissermaßen riesen Gesellschaften die Luft raus, und sie werden dekadent und so weiter. Das ist natürlich auch für uns nicht direkt zu überlegen, aber vielleicht dann doch irgendwie eine Möglichkeit, über die Schwäche oder das Schwachbewusstsein aus der Demokratie mehr zu finden. Dankeschön. So, eine nehmen wir noch mit in der Runde und dann erst Professor Manfred. Ich habe gelernt, Demokratie braucht Verantwortung. Vielen Dank dafür. Und mich würde interessieren, welche Motivation einer demokratiekonsumierenden Person im Sinne des Supermarktverkreises geben würde, sich politisch zu informieren und politisch auf dem Laufenden zu sein, und auch verantwortungsvolle Seite entscheiden zu sein. Ich glaube, ich muss noch mal nachfragen. Eine Supermacht. 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 Gut. Wir haben gewissermaßen mit der Vorstellung, liberale Einspruchsrechte stärker zu machen, einen Prozess der Juridifizierung eingeleitet, bei dem vielleicht die Gremien nach einem Jahr das entschieden haben, aber dann liegt es neun Jahre bei den Verwaltungsgerichten. Und das vor allen Dingen ist es, was den Eindruck erweckt, Demokratie redet nur, weil sie kommt nicht zu Entscheidungen und automatische Regime kriegen das sehr viel schneller hin. Das ist auch eine Frage gewissermaßen des Justierens. Wenn ich das richtig erinnere, ist der Prozess der Ausleitung von Einspruchsrechten, das Geltendmachen von Mindermeinungen und derlei mehr, in hohem Maße unter Demokratisierung der Demokratie gelaufen. Hat aber, und das ist ja das Interessante zur beobachten Politik, hat sehr viel mit paradoxen Effekten zu tun, das genaue Gegenteil bewirkt. Das ist, glaube ich, in der politischen Klasse inzwischen als Problem angekommen. Also wenn ich mir so einen Begriff vornehme, wie Olaf Scholz, der bei jeder Gelegenheit sagt, das ist das neue Deutschland-Tempo, und sich da auf den Bau von DSG Terminals bezieht, dann bringt das zum Ausdruck, dass der Begriff naht, es gibt ein Unbehagen daran, was nichts vorangeht. Heißt, man muss auch ab und zu mal in der Lage und bereit sein, solche Regeln des Aufhaltens, die sicherlich mit der guten Absicht der Vermeidung von falschen Entscheidungen eingeführt worden sind, zurückzuführen, weil möglicherweise das Vermeiden von falschen Entscheidungen, wenn man es zu Ende denkt, in einer Pornadoxie Ende, für mich das gar keine Entscheidungen mehr, ebenfalls umgesetzt werden. Das kann es ja auch nicht sein. Richtig. Und ich glaube, hier kann man beobachten, vorsichtig, aber unter dem Druck der heutigen Verhältnisse sich zugehend aufbauen, die Vorstellung, wir müssen auch wieder schneller werden und zurückkommen. Ja. Das Generationenmodell. Ja, das ist im Prinzip nichts, was der Ibn Karl Luhn als Erster gedacht hat. Das kann man auch schon bei früheren Kreisdorf-Theoretikern, wie in der Politik des Volkes, der Kolibius und anderen feststellen, die Beobachtung, dass Generationen sich verbrauchen. In der Wirtschaftswissenschaft heißt es, der Bundentroktor merkt. Sozusagen, dass der Urgroßvater ein engagierter Unternehmer war und der Enkel spielt nur noch Geige und der Ur-Enkel ist ein total verbreichlich. In mancher Hinsicht ist es auch ein Hergehen mit einem Brutalitätsverlust. Also ein durchsetzungsfähiger Handelshausunternehmer, er muss eine gewisse Rücksichtslosigkeit aufbringen. Wer Geige spielt, sollte vielleicht nicht unbedingt rücksichtslos mit seinen Instrumenten. Das heißt, normale Demokratien, aber auch andere in der Herrschaftsform unterliegen Prozessen oder unterliegen der Erfördernis der Repitalisierung. Nun hat der klassische Republikanismus immer gesagt, Ja, also ein gewisser Krieg ist ein Instrument der Digitalisierung. Ja, sozusagen Generationentheoretiker haben eine gewisse Neigung dazu zu sagen, naja, jedenfalls in der dritten Generation ist ein Krieg, der obendrein auch sozialeconomisch egalisierende Effekte hat, ganz hilfreich als ein Modus der Erneuerung. Nun können wir uns gewissermaßen das nicht mehr leisten. Dieses Revitalisierungsmodell des klassischen Republikanismus, nicht im Zeichen der Atomkörper, nicht im Zeichen der dramatischen Verbundbarkeit unserer Gesellschaften. Gesellschaften sozusagen in der Spätphase ihrer akrarischen Produktion, in den Anfang der industriellen Produktion, die hatten eine gewisse Resilienz gegenüber solchen Verbundungen. Das ist bei uns, wenn Sie ja so Infrastruktur, kritische Infrastruktur in der Welt mehr anschauen, und so würde es gar nicht mehr werden. Das heißt, man muss darüber nachdenken. Das ist jetzt wieder so ein Punkt, da hätten sich einige meiner Berliner Studenten ganz furchtbar aufgeregt und alles Mögliche gemacht, weil sie das nicht hören wollen. Was sind Funktionsequivalente dessen, was im klassischen Republikanismus der Krieg gewesen ist? Oder das Vorhandensein eines äußeren Vereins. Grundaktivität und Freundschaft. Kann man ja zur Zeit an der Ebene übermachen. Wir werden ewig und drei Tage, während dann noch die zentrifugalen Tendenzen entstehen, wenn es nicht plötzlich diesen Podium gegeben hat, der Zentrifugalität auf Zentripetalität gewissermaßen oben gestellt hat. Ausnahme des Stinkefingers aber, aber das ist ein eigenes Problem. Jedenfalls entscheidend gewisse Part-Collection, sozusagen diese Konventionen, da unwarnkohlen, teilweise auch mitbauen dabei, die ist aufgeplatzt darunter. Und ein ungeheuer gefährlicher Reto-Spieler ist verschwunden. So, wie kann man gewissermaßen Mechanismen finden, die diese Effekte hervorbringen, ohne dass sie so tief zerstörerisch in Gesellschaften eingreifen? Oder ökonomisch formuliert. Wie kann man dann den Prozess der kreativen Zerstörung so organisieren, dass es mehr Kreativität als Zerstörung ist? Darüber muss man nachdenken. Und es ist sicherlich so, wenn die Generationen vor allem so funktioniert, dass sie gewissermaßen die Demokratisierung der Demokratie und anschließend die Demokratisierung der demokratisierten Demokratie und so weiter und so weiter, dann ist man bei diesem Problem des Time Gaps. Funktioniert gar nichts mehr. Das heißt, das Problem, das sie aufgebracht haben, und wer aus, das weiß ich, wer in deutschen Texten sucht, würde dann mit Oswald Spengler sich darüber Gedanken machen. Das Problem, das sie aufgebracht haben, ist eines, wie und wann brauchen demokratische Gesellschaften wieder eine Erneuerung auch der Vitalität und Durchsetzungsbereitschaft von Gruppierungen. Ende eines sehr zarten und liebevollen Umgangs. Die klassische Antwort der Demokratietheoretiker würde daran bestehen, was tun sie? Was tun sie, weil sie Demokratien sind und organisierte Konkurrenz darstellen. Und diese Organisation und organisierte Konkurrenz ist gewissermaßen ein Zwang zur Durchsetzungswidrigkeit. Es ist mir noch ganz kurz gestanden, so ein kleiner Ausflug. Anfang der neunziger Jahre hatte Francisco Polyama dieses Buch The End of History geschrieben. Mit der Vorstellung, jetzt passiert nichts mehr, bei dem Ende der Geschichte, sondern es gibt keine großen Alternativen mehr zur Demokratie. Und mit diesem hegischen Argument, das hat er durchgespielt, durchgespielt, durchgespielt und kam aber dann zu einer Beobachtung häufig nicht Nietzsche, die darauf hinausliegt, dass die letzten Menschen, wie sagen die Nietzsche das beschreibt, im ersten Buch, und als er fragt zur Archistik, die schauen in die Sonne und glinzeln und sagen, wir haben das Glück-Erfahrung. Und sie haben die Pülferchen für den Tag und die Pülferchen für die Nacht. Also kurzum, was der Nietzsche da beschreibt, ist im Prinzip ein großes Maler. Und Fukuyama steht vor der Frage, ja, wenn das das Ende der Geschichte ist, dann ist es eigentlich der Eintritt in eine Disturbing, wie das in The Time Machine gedacht worden ist. Man sagt, aber der Gegenmechanismus dagegen ist der Kapitalismus. Deswegen bei Fukuyama diese Kombination von Demokratie und Kapitalismus, das ist also eine Konkurrenz, die so hart und entschieden ist, dass sie es nicht zulässt, in die Sonne zu schauen, zu glinzen und ein ewiges Maler zu organisieren. Ich schaue mal in solche Fernseher, da hat man gelegentlich den Eindruck, es ist ein großes Maler. Ich habe gesehen, die Geißels sind jetzt abgesetzt worden. Ja, und was die Frage des Supermarkts an mich trifft. Wir müssen wirklich schon in den Anfängen der Schulzeit lernen, dass es kein Angebot gibt, wenn sich nicht in einer Demokratie Leute zusammenfinden, die Angebot organisieren. Und dass es also darauf ankommt, diesen Supermarkt, wenn sie so wollen, zu übernehmen, und die als Indie selber auch Produkte und Vorstellungen einzubringen. Und wenn die Klimakleber, die natürlich vor allem bei Lena ein ernstes Problem darstellen, und die Klimakleber sich gewissermaßen nicht diesen elitären Gestus – wir wissen es besser und wir zwingen euch dazu – da mal hacken, sondern sich darauf einlassen sollten, ihre Einsicht mehrheitsfähig zu machen, dann wäre das gewissermaßen das Gegenteil des Supermarktprozesses. Kann sein, dass sie dazu nie kommen, ja? über das, was sie betreiben, dass du besser noch eine Software-Emprodukte bekommst. Das wäre sozusagen das Gegenteil des Supermarktes, also sozusagen vor dem Supermarkt einen kleinen Stand mit frischem Gemüse oder so. Wenn das funktioniert, ist es auch ein Beitrag zur Digitalisierung der Demokratie. Das zeigt aber, es ist in vieler Hinsicht das Gegenteil dessen, das Populismus in seinen diversen Varianten gewissermaßen als die Böre des Ordnungslands einzubringen. Dankeschön. Wir haben noch eine Runde. Ich wollte die auch schon erwähnen. Ich bin evangelischer Gemeindefahrer. Alle sechs Jahre verführe ich Menschen zur ehrenamtlichen Mitarbeit in den Kirchenvorständen. Dann sage ich, hier kannst du kreativ sein, hier kannst du verantwortlich mitgestalten auf der unteren gemeindlichen und öffentlichen Ebene. Was die Leute, wenn sie gewählt werden, dann aber vorfinden, ist ein Wust von Verordnungen, Regelungen, bürokratischen Dingen, die dahin gehen, dass zum Teil also Formulare, die als einfach und schlicht gelten, von niemandem und von uns ausgefüllt werden können. Und das haben wir nicht nur bei den Kirchen, das wiederholt sich bei den Gemeinden, also im Kommunalen, das wiederholt sich in den Vereinen und das wiederholt sich in den eigentlich überall. Und wenn nach Corona ein Beispiel 30 Millionen für Vereine bereitgestellt wurden und eine große Tageszeitung dann nachfragt, warum sind die denn nicht abgerufen worden? Und die Vereinsvorstände sagen ja, wir konnten die Formulare nicht ausfüllen. Dann erstickt das auch schlichtes, einfaches Gemühen. Und das lässt mich verzweifeln. Sie haben die Gleichgültigkeit kritisiert, die zum Tode der Demokratie führen kann. Da stimme ich Ihnen erstmal zu. Ich bin so alt wie Sie, wir haben ganz viele Epochen der deutschen Demokratie erlebt und die waren, weiß Gott, nicht alle gut. Also 50er, 60er Jahre musste Deutschland Demokratie überhaupt erstmal lernen. Und diese Gleichgültigkeit ist das nicht eine Verzagtheit. Also wenn in der Mitte von Berlin ein altes Stadtschloss wieder aufgebaut wird, in der jetzigen Zeit kann man das so deuten, dass täglicher Mut und die Fähigkeit zur Vision vielen Verantwortlichen fehlt. Und wie können wir zu diesem Mut, sich gesellschaftlichen Fragen zu stellen, kommen? Und wenn das der Fall ist, und da gibt es ja Epochen in der Geschichte, dann hat es auch funktioniert. Dann funktioniert auch in der Demokratie. Dankeschön. Eine Frage noch. Oder anderthalb. Und dann, genau, Sie dürfen gerne noch ein paar Sorgen. Und dann ist Herr Meuchler drauf. Abschließend. Ich frage aus einer anderen Richtung. Damit würde ich gerne fragen, wie Sie persönlich die Kraft der Kultur, die Kraft der Kunst einschätzen. Und ich würde die Fragen gerne auf zwei Ebenen geben. Nämlich zum einen auf die ein bisschen ältere Ebene, auf die Ebene Joseph Beuys, der ja zwischen Politik und Kunst gewirkt hat. Und da auch einfach die Frage dieser Kraft, die Gesellschaft mit einzubinden. Und die andere Ebene, die würde ich gerne dahingehend fragen, dass sich Herr Museen immer mehr und in den letzten Jahren immer stärker als demokratische Institutionen verstehen, die auch dem Fortbestand der Demokratie sich verpflichtet fühlen, inwieweit sie einschätzen, was kulturelle Institutionen dahingehend leisten können. Dankeschön. Frau Sobot, anschließend. Ja, also ich wollte nochmal anschließend an Ihr Buch, wo Sie auch sehr genau schreiben, dass die kommunale Ebene eigentlich das Experimentierfeld sein kann, wo wir praktisch ausfluten, die Demokratie weiterentwickelt, gestärkt und aufgebaut werden kann. Und wenn ich Sie schon mal da habe, wollte ich es natürlich fragen, ob Sie für unseren Ansatz hier in Kürzberg und Merle vor Demokratie und uns noch ein Tipp entnehmen können. Was wir ja schon versuchen, ist sozusagen anschließend an die Analyse das jetzt ganz praktisch umzusetzen und zu sagen, wie machen wir das denn politische Urteilskraft? Wie kommen wir denn schon? Abschreiben ganz kleines mit Impulsen an, dass wir sie in ihren Rechten stärken, die Kinderrechte aufbereiten, auch zu gucken, wie können wir sozusagen Engagement in der Stadtentwicklung so gestalten, dass es auch wieder Spaß macht, sich mit daran einzufinden, daran zu praktizipieren. Aber das ist ja, sag ich mal, das sind glaube ich Bausteine, die auf den Weg dahin gehen. Heißt aber nicht automatisch, dass es sozusagen auch einen Rand in den politischen Parteien gibt oder in das kommunalpolitische Mandat oder so. Und das ist so etwas, wo ich nachhaltig nicht frage, wie wird das auch gegeben? Weil am Ende muss man ja dann doch alle möglichen Facetten miteinander zusammendenken. Man muss das große Ganze in den Namen bringen. Und das geht nicht, wenn ich nur einzelne Punkte rauskreibe, weil ich sage, jetzt brauche ich mir ein Areal an oder ein Prozess an, vielleicht verbittle einen Zugang zu einer bestimmten Fragestellung. Also wenn Sie da einen Tipp haben, nehmen wir den Stellen. Fangen wir mal mit dem Kirchenvorschein an und den Formular an. Natürlich gibt es sozusagen immer ein Hin und Her und Her und Hin. Also es gibt ja sozusagen die Partei der Bürokratisierung, die nennt sich in der Regel liberal. Die ist immer kleinlaut, wenn dann mal wieder kurz oder unterschleift oder was es dann halt auch gibt, auftaucht. Man kann sagen, je mehr Geld da zu verteilen ist, desto mehr tauchen Leute auf, die unberechtigt oder hinterhältig sich daran eignen. Teilweise war Corona da ein wunderbares Beispiel dafür. Ein paar Sachen sind öffentlich diskutiert worden, andere Sachen sind weniger diskutiert worden und allein mehr. Das heißt, wenn sowas aufgebaut ist und entsprechend medial aufbereitet wird, dann wird es vermutlich wieder einen Schub von Formularen geben, in denen dann alle übereinstimmen, ja das darf aber nicht passen. Unter keinen Umständen darf das passen. Und das muss genauer kontrolliert werden. Und dann gewissermaßen werden alle Initiativen welcher Art auch immer wieder so formularisiert, dass sie im Ansatz erstellt werden. Da kommt eine Gegenbewegung und so weiter. Das Ziel ist natürlich da, eine vernünftige Balance hinzubekommen und den Auslag nicht so groß zu machen, sozusagen über Formularisierung und dann wieder runterschleifen und dann wieder über Formularisierung und wieder runterschleifen. Sondern ein mittleres, in dem Initiativen möglich ist, aber gleichzeitig Korruptibilität und Grenzen kann. Das wäre dann auch eine Frage der politischen Urteilskraft bei denjenigen, die so etwas im Auge haben und denken, dass natürlich ich durch höhere Demokratisierung und Entscheidungen auch Initiativen blockiere und totmache. Das heißt, dass ich immer ein Element von Korruptionsresilienz in der Ordnung drin habe, dass ich das akzeptieren muss. Und dass man auch solche medialen Schweine, die da durchs Dorf gekriegen werden, mit Vorsicht zu behandeln hat. Und dass die möglicherweise ganz gegenteilige Effekte dann auf Dauer haben. Sie haben recht, ich kann mich gut erinnern, ich bin sozusagen politisch sozialisiert worden in Zeiten, in denen wir auf der kommunalen Ebene irgendwann noch nicht zwangsläufig eigentlich Jurist sein mussten, um Glück machen zu können. Aber je größer die Gemeinden wurden, desto stärker wurde der Druck, sich innerhalb eines juridisch-ökonomischen Systems positionieren zu können. Und ganz viele, die vorher da drin waren in der Kommunalpolitik, die sind dann sozusagen mit der Zeit rausgeschrieben. Viel mehr Vernünftiges kann ich dazu nicht sagen. Ich nehme das gewissermaßen als ein Ausrufezeichen hinter meiner Forderung der politischen Urteilskraft. In der Geschichte der Republik gibt es natürlich auch so etwas wie eine Verselbstständigung von stabilen Erwartungen. Also sozusagen, man hält Demokratie und ihre Belastbarkeit für selbstverständlich. Man hat nicht mehr so eine starke Vorstellung davon, in welcher Weise sie dem Prozess der Erneuerung unterliegt. Also, es ist ja eine Generation, die in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre politisiert unter dem Imperativ. Die Deutschen müssen jetzt nochmal einen Schub machen in der Frage der Demokratisierung. Weil Willy Brandts Formulierung, mehr Demokratie wagen, da ist ja in vieler Hinsicht nur mehr Demokratie angekommen. Aber dass das auch ein Wagnis ist, wenn ich das das Voraussetzungen nenne, dass diese Demokratie... Das ist dann so ein bisschen verschwunden. Wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, ohne jetzt gewissermaßen zu sagen, ja aber früher war das besser. Das war ja so meine Argumentation durchweg, keineswegs. Wir müssen wieder zu den Verhältnissen über hohe Parteimitgliedschaft und der und der. Das hängt auch von Konstellationen an, nicht? Ich würde sagen, von der Konstellation der Nachwuchszeit, der Erfahrung von autoritären, totalitären Ordnungen, der Bereitschaft sich zu engagieren, weil möglicherweise die Erinnerung an den Schrecken der Blockwart, die noch da ist, etc. 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 Und dann wird es versickert deine Erinnerung. Und dann wird es so selbstverständlich und gewissermaßen, es tritt eine Situation der generalisierten Nostalgie ein. Ja, früher lernten wir noch das und jenes. Dagegen anzuarbeiten gehört natürlich auch zu dem, was ich Revitalisierung nenne. Sozusagen Wiederbelegung, Neubelegung. Und vermutlich ist Demokratie vor allem die Form, die permanent dieser Revitalisierung bedarf. Und da gibt es nicht einen Königsweg, sondern da muss man das hier und da und dort ausprobieren und auch studieren, inwieweit die jeweilige Generation sich dadurch affizieren lässt oder aber nicht. Dabei kann die Kunst eine wichtige Rolle spielen. Weil die Kunst hat natürlich andere Möglichkeiten, sozusagen ins Ungefähre, ins Riskante hineinzudenken, als das für jemanden, der wissenschaftlich nicht zulässig ist, weil die ganz anderer Weise Methoden gebunden sind. Und wir sind auch kritisierbar und weder liegbar in unseren Aussagen, wenn bestimmte methodische Erwartungen nicht eingehalten werden. Das große Privileg der Kunst und der Kultur ist, dass die nicht als Kreuz der Methoden geschlagen sind. Insofern darf man von dem auch durchaus etwas erwarten. Was sozusagen das Pendant der Kreativität der Kunst anbetrifft, nämlich das Museum. Und da habe ich mich ja in der Frage der Paulskirche und der Verhältnissen der Paulskirche engagiert. Da hat gesagt, die Paulskirche muss, wenn sie als Arte der Demokratie von 1848, 49 erfahrbar ist, auch wieder so umgebaut werden, dass es sich nicht anfühlt wie ein Mausoleum, was zur Zeit der Fall ist. Und ein Haus der Demokratie, das gewissermaßen mit Frankfurt als Ombau herzubekommen, damit sie dazu bereit sind, etwas zu machen, muss dann sozusagen die emotionale Aufgeraumtheit der Besucher dieses Ortes bearbeiten können. So ungefähr. Ich glaube nicht, dass das der Kommender-Kommission gelungen ist, Vorschläge zu machen, die dazu führen werden, weil zu viele Spieler dabei waren, Kirchen dabei, die von Frankfurt, der Bund, der Geld geht, Telekom, die da ein paar Sündemasken untergebaut hat, die natürlich nicht verändert werden kann und so weiter und so weiter. Das wird eine kleine, gescheitene Geschichte sein, aus der man vermutlich lernen kann, wie es nicht funktionieren sollte. Vorschläge wäre wichtig, gewissermaßen gegen die Dominanz der Bismarck-Reichsgründer, rechts-links, rechts-links, Sie sehen da ja bestimmte Adler und bestimmte Reichsraten, die demokratische Tradition so deutlich zu machen, dass sie nicht von vornherein als eine Niederlage, die gescheitert in der Version der Aktivation, sich darstellen. Das wäre ein Beispiel. Und jetzt die letzte Frage, kommunale Ebene als Experimentierfeld. Also, sozusagen, ein bisschen war ja das, was ich ins Spiel gebracht habe, von Volksbefragungen, von der Abstimmung, bis hin zu losverfahren, etwas, wovon ich glaube, dass, wenn man es wirklich handhabbar machen will, im Sinne der Erzeugung von politischer Urteilskraft, dass man es auf der kommunalen Ebene anfangen und praktizieren muss, und nicht auf der Bildungsebene oder auf der Landesebene. Wo also sozusagen die Ratschneidung und der Entschluss und die Verwirklichung vor Augen sind, wenn man hinterher bei dem etwas rausgekommen ist und sagen kann, aber gut gemacht, wir hätten es doch anders machen sollen. Und zwar nicht nur den Stadtverordneten oder den Bürgermeister, der das dann mit sich hinterher sagt, sondern halte Teile der Bürgermeister. Das heißt vermutlich aber, wenn ich das mal so erinnere, wie das bei mir in der ersten Hälfte der 80er Jahre war, dass man weniger mit fertigen Lösungen, die man vorher ausgearbeitet hat und die man der Bevölkerung klar macht, das wäre doch ganz gut für euch. Sie sagen, wir haben relativ viele System per se, an die Leute herangehen, mit dem Ziel, ich muss sie davon überzeugen, dann ziehen wir das durch, was auch meine eigene Disposition damals gewesen ist. Sondern gewissermaßen Probleme offen beschreiben, ohne von vornherein zu wissen, was die angemessene Lösung ist. Das heißt sozusagen ein großes Vertrauen in die Bereitschaft von Bevölkerung, sich auch mit Problemen zu beschäftigen, ohne gleich den sicheren Hafen zu lösen zu haben. Und wenn sozusagen der sichere Hafen der Lösung gleich durchgesetzt wird, eigentlich die Problembeschreibung erst nach dem Lösungsangebot kommt, dann führt das natürlich nicht dazu, dass genau das Problem des Miteinander gemeinsam erlägt, was denn genau das Problem ist, was eine Lösung ist und wie man rauskäme, ist ja gar nicht in Gang kommt. Seine Partei A hat diese Lösung, Partei B hat die andere Lösung und dann ist es nur ein Streit zwischen den Lösungen. Das wäre etwas, was, wenn es überhaupt möglich ist, auf der kommunalen Ebene am ehesten zu praktizieren. Herzlichen Dank, Monika. Ich würde gerne, bevor ich den Bürgermeister noch mal vier kleine Bemerkungen machen wollte. Die erste ist, Sie nochmal daran zu erinnern, dass der Büchertisch der Buchhandlung Binderlager dort hinten ist und es die Möglichkeit gibt, signierte Bücher von Professor Möckler heute mitzunehmen. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung, die ich machen will, ist, mich ganz herzlich bei dem Organisationsteam für den heutigen Abend zu bedanken. Weil so eine Veranstaltung findet nur statt, weil vorher und auch nachher ganz viele Menschen mit fleißigen Händen und Gedanken dafür sorgen, dass wir heute Abend hier so sitzen können, dass die Technik funktioniert, dass es eingeladen wurde, dass eine Gestaltung funktioniert, dass das Wasser auf dem Tisch steht und deswegen den Organisationsteam ein ganzes Herz. Ich möchte mir was wünschen. In der Großnachbarstadt Norden ist vor vielen, vielen Jahren mal die Idee für ein Ort, ein Erlebnisort, das Mathematikum entstanden, das sehr klein mit sehr wenigen Exponaten funktioniert hat und heute ein richtiger Besuchermagnet ist. Für ganz viele, mit vielen Jahren kaum. Ich finde, dass das Demokratikum eine großartige Idee ist, aus der man in den nächsten Jahren noch vieles entwickeln kann. Und ich würde mir wünschen, dass das wächst, bei dem, was in diesen Jahren gelebt wurde. Und ich finde das nochmal einen wirklich großen Kompliment für das, was hier gemacht wurde. Und leite damit zu meinen letzten Dankesworten an, und die gelten natürlich Ihnen, Herr Professor Ungler, für den Impuls heute Abend. Für, das sage ich sehr bewusst, klare Sprache, schöne Sprachbilder, überzeugende Gedankengänger, die es einfach Lust darauf machen, mit Ihnen zu diskutieren. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit und danke, dass wir heute Abend hier waren. Danke! 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 Vielen Dank. Als erstes natürlich die Demokratikentasse, das ist überhaupt das Wichtigste. Die meine, die gehen dürfen, sind natürlich nicht für die Tasse bestimmt, das ist Selbstreden. Ja, Ihre Frau ist dabei, sie hat sich aber weiterhin platziert und den Lumpenstrauß bringe ich Ihnen, dass Sie nicht mehr auch zu Ihnen gekommen sind. Ja, nochmal herzlichen Dank für Ihre Bemühungen. Ein herzlichen Dank für die Dauer-Mitte-Frau, dass Sie den Weg mit nach Oswald genommen hat und herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Ja, der heutige, also am Anfang stand ja, was ist das Demokratikum? Und mit Sicherheit gehört zum Demokratik, um sich auch die Zeit zu nehmen, den Raum, auf die Demokratie zu schauen. Sie haben zwischendurch mal das Bild des Wanderers gebraucht, mussten ja alle schmunzeln, als Sie von Grüß Gott gesprochen haben. Und das war für mich so ein Bild, auf den Gipfel steigen und auch mal auf uns schauen. Also jeder muss sich ja erklären in der Demokratie und das sehen nicht so, Politik muss liefern, am besten noch in der Deutschlandgeschwindigkeit. So einfach geht es nicht, deswegen brauchen wir das Demokratikum und Thorsten, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, in den Pfingst der Stadt Sache gestellt hast. Herzlichen Dank und ja, vielen Dank nochmal. Applaus Jetzt sind wir durch mit dem heutigen Programm, aber Sie haben noch die Gelegenheit, an den Tisch zu gehen. Wir bieten noch eine Menge Bücher und ich möchte euch nochmal herzlich bei der Pfingst der Innenlage bedanken.